Das Telefon klingelt, es geht keiner ran. Ich bin zu Hause, aber grad nicht da, vielleicht irgendwann. Band läuft, irgendjemand spricht davon, was man noch machen kann. Und er reicht mich nicht, die Nachricht kommt nicht an. Und jetzt sitzen wir zusammen, immer noch am Boden zerstört. Und haben uns gegenseitig da, wo keiner von uns beiden drin gehört. Oh no. Die Fragen, Fragen, Fragen. Ich habe keine Lust mehr, was zu sagen. Alles, was geschehen ist, ist geschehen. Lass uns mal gemeinsam um die Häuser ziehen. Und die Sachen, Sachen, sagen, die wir uns noch nie gesagt haben. Wir müssen überhaupt nichts mehr verstehen. Aber irgendwie muss es doch weitergehen. Und jetzt sitzen wir zusammen, immer noch am Boden zerstört. Und haben uns gegenseitig da, wo keiner von uns beiden hingehört. Und die Fragen, 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 ich habe keine Lust mehr, was zu sagen. Alles, was geschehen ist, ist geschehen. Lass uns mal gemeinsam um die Häuser ziehen. Und die Sachen, Sachen, sagen, sagen, die wir uns noch nie gesagt haben. Wir müssen überhaupt nichts mehr verstehen. Und dann sind wir... Vielen Dank.